bismo deine globale lifehack community proudly presents dms der fortschrittlichste network plan aller zeiten marketing und vergütungspläne gibt es viele matrix pläne hybrid pläne und etliche andere mehr doch welcher ist der beste bismo liefert die ultimative antwort auf diese frage mit dms dem dynamic matrix system dieses system bietet eine fantastische einkommensperspektive und unterstützt neueinsteiger vom ersten moment an die revolutionäre weiterentwicklung klassischer matrix pläne lässt endlich ein altes versprechen wahr werden spillover in den klassischen plänen gibt es spillover nur dann wenn du ganz am anfang mit dabei bist wenn du etwas später einsteigst wirst du vermutlich niemals von spillover profitieren beim dms hingegen ist es wirklich egal wann du dazukommst du bekommst auf jeden fall spillover die dynamische matrix ist eine fünfer matrix die als zweier matrix beginnt und sich nach bestimmten regeln erweitert downline und payline erklären wie es funktioniert downline meint alle lifehacker in deiner fünfer matrix die über neun ebenen geht und insgesamt mehr als 2,4 millionen lifehacker umfasst payline meint jenen teil deiner matrix für den du provisionen bekommst die payline wird durch zwei faktoren definiert die anzahl der lifehacker die du persönlich empfohlen hast und das bismo abo das du gewählt hast du erhältst provisionen auf deine zweier matrix sogar bevor du irgendwelche empfehlungen gemacht hast mit basic kannst du bis zu 75 euro verdienen und so einfach upgraden auf pro oder elite und damit bis zu 1563 euro verdienen und das ohne irgendjemandem irgendetwas zu erzählen was aber passiert wenn du bismo aktiv weiter empfiehlst die erste person die du empfiehlst geht in dein erstes bein auch die zweite person geht in dein erstes bein allerdings in die downline von person nummer eins also hat nummer eins gerade spillover bekommen wenn person 2 nun eine empfehlung ausspricht ist das ebenfalls spillover für person 1 und wenn diese person empfiehlt erneut und wieder und wieder und wieder deine dritte person geht in dein zweites bein und deine vierte empfehlung in die downline von nummer drei der spillover ist jetzt in bein zwei mit deiner fünften empfehlung erweitert sich deine payline zu einer dreier matrix was dein potenzielles einkommen um 40.000 euro erhöht die nächste person hilft nummer fünf erfolgreich zu werden weil deine nummer sechs in die downline von nummer fünf geht mit einer siebten person wächst ein einkommenspotenzial auf mehr als eine halbe millionen euro pro monat klingt das gut person acht unterstützt person 7 und deine neunte empfehlung eröffnet dein fünftes bein womit dein einkommenspotenzial auf mehr als 3,6 millionen euro pro monat anwächst würden dir da nicht schon zehn prozent reichen na klar in wirklichkeit wärst du schon mit deutlich weniger zufrieden stimmts und schon kommt der nächste hammer des dms theoretische provisionen bismo berechnet die umsätze in deiner downline jede woche und berichtet was du verdienen würdest wenn du weitere personen empfehlen oder dein abonnement upgraden würdest bismo sendet diese information an dich und deine komplette downline und gibt so jedem die chance die notwendige qualifikation bis zum monatsende zu erreichen und das geld für sich selbst zu beanspruchen denn andernfalls wandert das geld durch eine dynamische kompression an die nächste qualifizierte person in der ableihen diese regeln sorgen für ein momentum dass es so noch nie gegeben hat in der geschichte des network marketing also worauf wartest du bau dein persönliches netzwerk auf und werde glücklich und erfolgreich mit bismo deiner globalen lifehack community bismo die lifestyle app